Habe meine Tasche, äh, müsste so auch gehen. Habe meine Tasche, äh, müsste so gehen. Habe meine Tasche, äh, müsste so gehen. Halt einfach mal mit meinem Handy, ich will auch nochmal fahren. Ich will nicht, dass mir aus der Tasche wird, weißt du. So, das war Valentino Rossi. Ja, ist klar. Gummi. Klar gebe ich Gummi. Ohne einmal zu bremsen. Kann man schön ausrollen lassen. Jetzt gebe ich mal wieder Vollgas. Gut. 19, 18, 20 kmh und dann. Und so fahrt man so einen komischen Roller. Ohne aus dem Maul zu fliegen. Mit einer Hand. Guckt. Und jetzt fliege ich in das Maul, ne? Jetzt muss ich aber doch bremsen. Zu weit. So. Valentino Rossi. Yeah, yeah, yeah. Go. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Okay.